Es war extrem heiß auf dem Platz, aber es hat der Gegner auch und von daher sind die Umstände ganz gleich. Ich denke, wir haben uns erwartungsgemäß durchgesetzt, das sollte es doch sein. Wir können nicht nur bei wunderschönem Wetter spielen, bei 20 Grad, sondern auch wenn es ein bisschen wärmer wird, ist es kein Problem. Da sind wir auch imstande, auch guten Fußball zu zeigen.